Finale! Freigegeben für euch! Fertig! 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 Kannst du mir mal bitte ganz kurz erklären, was ich mache? Alle machen, dass sie eintargeten und dann specialten sie sich und dann verliert, je nachdem ob's Usurpration oder Addition ist, verliert oder gewinnt der 1000 Artika. Okay. Also der gibt 1000 Artika, der nimmt 1000 Artika. Okay. Und die müssen ja die auch im Fall targeten wahrscheinlich, ne? Ja genau. Ich kann aber auch deine targeten. Achso, du kannst auch meine mal zu targeten. Ja genau. Aber im Prinzip machen die alles zugleich. Kompleter Schritt, was ich hier gezogen habe. Okay. Da ist der Kurs noch die Hand. Jo. Normale Nummer geschoben. Du bist der zweite Fortbrauch aufgepackt? Wie bitte? Der zweite Fortbrauch. Das war ja so. Ja, 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 ja. Das war ja schlecht, mein erstes. Ja, okay. Äh, du? Äh, 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 stand it. Na mit. Letzt, letzt. Ich war ein? Äh, nee, nicht. Ach so. Mach der Kleber, verwarnung. Äh. Haben wir noch einen Vorablauf? Nee, guck mal. Ja. Ja. Gut, ich habe nur mit der Hand. Norman? Ja. Genau. Und sammeln. Ja. Perfekt. Ja. Mhm. Ein Superray in Common. Okay. Erasured. Ich habe, äh, eine Quo in Common, eine Super, äh, eine Nulltap. Ich auch. Perfekt. Ja. Ja. Beschwör jetzt noch hier unten, ne? Nee, noch nicht. Äh, der ist jetzt obligatorisch und der lockt mich in Link 2 für Linkbeschwörung oder niedriger. Perfekt. Ja. 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 Haben Sie ja Po? Hm? Ja. Ja. Du hast beschworen dann. Ja, ich habe den. Kann auch nochmal durch. Ja. Alles gut. Ja. Alles gut. Ja. Perfekten Target. Äh, die Zone. Ja. Dann kann ich durch Kampf- und Karten-Effekte zerstört werden. Syvers in den Zonen kann ich durch Kampf- und Karten-Effekte zerstört werden. Wenn Monster in die Zonen gespecialt werden, einmal pro Spielzu kann ich eine Syvers-Farm-Graft banishen und einen Syvers-Empacker suchen. Okay. Also Syvers banishen ist kosten. Ja. Ja. Dann... Und dann... Und... 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 Und dann hat er den Effekt abhängig davon wie viel er abgehandelt hat. Weil zwei so bei mir wird nur noch hat er mich gerade. Okay. Und der... Und der... Muss ich noch bilden. Und... 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 Okay. Mach den du das? Achso... Ja. Ich kann noch einen Monster als Figur dann bieten und dann eine Martin-Milch-Farm-Gelford anzwischen. Okay. Und... 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 Und wenn er auf den Grave kommt dann darf ich eine Cyber-Monstration wählen. Das darf zwei Monster angreifen für den Spielzeug. Also zwei Monster angreifen. Und den kann ich von der Hand spascheln, mit dem ich ein Matel-Milch-Farm-Gelford schuhe. Und wenn er auf dem Feld liegt und Matel-Milch-Gefraschelt wird, darf ich eine Matel-Milch-Farm-Gelford schuhe. Und dann... Der Effekt. Spusche ich jetzt mal. Ja, genau. Und dann... Der Effekt. Hier. Der Effekt. Ja. Oh Gott. Okay, der kann sich flashern einfach. Wenn du eine freie Zone hast. Wenn ich eine freie X-Standwatche Zone habe. Also, ja. Effekt okay? Ja, und der liegt noch auf dem Feld. Ah ja, so. Dann... Ja. Hallo. Okay. Ach du Scheiße. Ja. Die beschuldet jetzt was an. Ja, genau. Ja. Ich darf doch die wieder setzen. Ah ja, stimmt. Ja. Dann wie sag's. Ja, ja. Und... Oh... Ja, perfekt. Mach dir noch was von dir was in Graves? Hm? Mach dir noch was von dir was in Graves? Hier kannst du dich wiederholen? Sonst nicht. Das geht aber nur in deinem Pizza. Ja, ja. Ja, das ist ja... Es ist ja ziemlich gut. Okay. 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 Halt... Set. Die kann man nicht zerstört werden, oder? Tja, du hast sie ja negiert. Sonst nicht durch Karteneffekte und nicht durch Kampf, aber du hast sie ja negiert. Tja, 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 du hast sie ja negiert. Gibt's kein Schaden, also es ist egal wie ich sage. Ja, okay. Ja, ok. Minus 1, 6... Achso, ja, ja. Dann hast du das. In deiner Stand-by-Feld. Jo. Ah, sorry. Das ist nicht so gut. Ah, ich hab keine Reise. Ja, ok. Das ist eine Warnung für mich. Das ist eine Warnung für mich. Sieg-Feld. Der wird nicht zu schnell. Das ist doch schön, der wird nicht zu schnell. Ich hab die dabei. Ich hab die dabei. Warum mischt du? Du musst aber nicht weg. Ja, weil ich immer mische, bevor ich die mache. Das ist eigentlich nicht erlaubt. Ja, ist ok. Oh, ok. Achso, ja. Das ist ok. Ich hab die dabei. 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 Ich hab die dabei dabei. Perfekt. Special jetzt? Na ja, aus der Knoße. Halt doch nicht die Schlöte. Zählernst du. Ich bin jetzt noch nicht die Schlöte. Ich bin jetzt noch nicht die Schlöte. Ich bin jetzt noch nicht die Schlöte.